Oioioioi, heute ist der 18. Dezember. Ich bin ganz aufgeregt. Oioioioi, jetzt schneit's. Hoffentlich deckt der Schnee den Weihnachtsstern nicht einfach zu. Das wär ja doof. Die letzte Rose hat ihn auch nicht gefunden. Er ist auch nicht in den Zweigen vom Baum hängen geblieben. Oioioioi, hier auf dem Weg ist auch keine Spur vom Stern zu sehen. Hängt er vielleicht im Lavendelbusch? Auch nicht. Oioioioi, meinst du hier finden wir den Stern? Da flog schon wieder ein Elster. Aber die hatte den ja nicht. Hier im Schnee auch nichts. Und es schneit immer weiter und weiter und weiter. Ui, guck mal. Da geht's in den Stückchen Wald. Ein ganz kleines nur. Aber meinst du, wir finden da was? Ja, aber Fritz, wir müssen's doch versuchen. Und ist Weihnachten ganz in Gefahr. auch. Uioioioi. Uioioioi. Uioioi. Uioioi. Hier schneit's nur. Hm. Nirgendwo leuchtet's. Gar nirgendwo. Oh, Elchi, das ist der Tipp. Natürlich können wir bei Tag nichts finden. Wir müssen mal im Dunkeln gucken, ob wir eine Leuchtspur finden. Das probieren wir nachher aus.